. Man muss euch sagen, was Fremde unter Fremden sind. Wenn über eine Brucken Fremde drüber gehen und unter der Brucken fahren ein Eisenbahnzug mit dem Fremden unten durch, so sind die unten durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden. Spatzel setzt sich zusammen aus Platzelspritz. Da ist drin ein fernischer Likör. Das ist ein Bavarian Nush, ein Red Fire Orange. Das ist ein orasches Chili-Likör. Da kommt Chocolate-Bitter mit rein. Das wird mit Sekt aufgegossen und selbstgemachten Lime-Jew. Das ist die Antwort. Das, das Sie hier sehen, fein mit einem Pesto. Oder das sexier Lifeboat mit einer schönen Weizengrasfutter. Hört sich eigenwillig an. Ist aber in der Kombination sehr, sehr nussig. Ganz war ich auf kleinen Bühnen sowie im Filmrollen unter anderem mit Hans Moser und Louis Trenker zu sehen. In den 1940ern zog ich mich zurück und bastelte in meinem Haus am Irschenberg an eigenen Erfindungen. Neben einer Knödelmaschine und einem Turbinenmotor entwarf ich eine weltweit patentierte, unbegrenzt lagerfähige Batterie. Das Schinken von unserem Hausmetzger aus Ein. Wir haben dann auch noch den Joghurt-Creme von unserer Landgäferin des Trenansee. Wir verbinden das natürlich mit den Wohlständlichkeiten, die wir uns im Einguss präsentieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020